Brevard County Brevard County liegt an der Ostküste von Florida. Es gehört aufgrund der langen Küstenlinie zum Atlantik, der vorgelagerten Inseln, der Nähe zum Großraum Orlando und dem Beschäftigungsmagneten des Weltraumbahnhofs und angrenzender Militärbasis zu den rasch wachsenden Landesteilen Floridas. Brevard County grenzt im Süden an Indian River County, im Südwesten an Osceola County, im Westen an Orange County und im Norden an Volusia County. Nach Osten besteht eine lange Küste zum Atlantik. Berühmteste Sehenswürdigkeit dieses Küstenabschnitts ist das Kennedy Space Center, der Weltraumbahnhof, von dem seit 1968 alle bemannten Raumflüge der USA gestartet sind. Orte Ort des Kennedy Space Center Verwaltungssitz einige der besten Strände von Florida Einwohnerreichste Stadt des Counties 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 Anreise der nächstgelegene internationale Flughafen mit weltweiten Verbindungen ist eine gute Autostunde westlich. Etwas näher liegt er mit einer Auswakel in US-amerikanischen Flügen und einigen Billig-Carrieren. Im Bezirk liegt er, der entgegen seines großspurigen Namens nur wenige Verbindungen, und andere nach Atlanta und Charlotte hat. Die Interstate 95 und die U.1 queren den Bezirk in Nord-Süd-Richtung. Bahnverbindung gibt es nach Brevard County nicht. In Port Gneverell gibt es einen großen Kreuzfahrthafen. Mobilität Die Space Coast Area Transit betreibt ein rudimentäres Busnetz zwischen den und innerhalb der einiger Städte. Die Busse verkehren in einem annähernden Stundentag tagsüber montags bis samstags, nur wenige Linien auch sonntags. Realistischerweise wird der Besucher sich mit dem Mietwagen bewegen. Kennedy Space Center darüber hinaus können, kostenpflichtig, folgende Zusatzoptionen gebucht werden, Das Kennedy Space Center Visitor Center ist täglich geöffnet, allerdings bei jahreszeitlich stark wechselnden Uhrzeiten. Zum Komplex gehören zwei Cafés, in denen auch warme Mahlzeiten, Fast Food, angeboten werden. Wer möchte, kann sich sein Essen auch mitbringen. Wikipedia-Artikel über das Kennedy Space Center Der NASA-Weltraumbahnhof Aus Sicherheitsgründen sind die meisten Teile der Anlage für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Anlaufstelle für Besucher ist der Kennedy Space Center Visitor Komplex, NASA Park via West, Merit Island, 10 Kilometer östlich von RT. Ein Fünftel Der Besucherandrang ist enorm und wird industriell abgefertigt, was aber nicht darüber hinweg täuschen sollte, dass der Besuch wirklich sehr lohnend ist. Man sollte einen ganzen Tag Zeit mitbringen. Wenn der Eintrittspreis von 50 Dollar, Kinder 3, 11, 40 Dollar, erst einmal bezahlt ist, hat man freien Zugang zu folgenden Optionen bzw. Abteilungen. Information zentral Wer der englischen Sprache nicht hinreichend mächtig ist, kann hier einen Audio-Guide mieten. Hardcore-Information für Wissenshungrige Early Space Exploration Ausstellung zum Mercury-Programm, 1958 bis 1963, und zum Gemini-Programm, 1965-66 Die allgemeine Bustour führt an Stabkomplex 39 vorbei und dann zu einem zweiten Besucherzentrum, Apollo Saturn V Center, in dem man sich minus hauptsächlich durch Filme minus über das Apollo-Programm informieren kann. Im Original ausgestellt sind unter anderem eine sehr imposante Saturn V-Rakete und eine Mondlandefähre. Besucher verweilen dort beliebig und fahren anschließend mit dem Bus zum Hauptkomplex zurück. Für diese Bustour rechnet man anderthalb zwei Stunden. Space Shuttle Atlantis, Multimedia-Präsentationen und interaktive Ausstellungsobjekte zum Space Shuttle-Programm. Rocket Garden, Freilicht-Ausstellung mit ausgedienten Weltraum-Raketen. NASA Central, Informationsstelle, an der man aktuell NASA-Nachrichten erfahren kann. Astronaut Encounter, Möglichkeit zum persönlichen Gespräch mit einem Astronauten-Veteranen. Infotainment IMAX, 3D-Kino mit Filmen vom Hubble-Teleskop und vom Leben an Bord der Internationalen Raumstation. Die Filme dauern etwa 40 Minuten. Explorationsspace, Multimedia-Präsentationen zum Thema Weltraumerkundung. Hand-on-Experimente, Theater und vieles mehr. Robot Scouts, Multimedia-Präsentation, in der Kinder und Erwachsene sich über das Prinzip der unbemannten Erkundung fremder Planeten schlau machen können. Shuttle-Lunch-Experience, Simulator, in dem Besucher erleben können, wie sich in einem Space Shuttle der Start anfühlt. Entertainment Children's Playdome, große Spielanlage für Kinder. Angry Birds Space Encounter, Videospiele für alle Generationen. Astronaut Hall of Fame, in einem separaten Gebäude am Vector Space BLVD untergebracht, Ehrungsstätte für Astronauten, in der auch viele Erinnerungsstücke ausgestellt sind. Wie Kiepe Aktivitäten Canaveral National Seashore, die längste unberührte Küstenlinie in Florida wird vom National Park Service verwaltet. Er liegt nördlich des Kennedy Space Center und ist über Titusville erreichbar. Strände Brevard County hat Dutzende von Kilometern unberührten Strandes. Das berühmteste Gebiet, Coco Beach, hat das glatteste und flachste Wasser und ist ein einzigartiges Mekka für Surfer im ganzen Land. Der öffentliche Strand gegenüber dem Eingang zur Patrick Air Force Base ist ebenfalls ein beliebter Surfplatz. Südlich von Satellite Beach bis nördlich von Indialantik gibt es in Ufernähe tendenziell untergetauchte Felsen, die je nach Wellenhöhe, Gezeiten und Jahreszeit ein Problem darstellen können oder auch nicht. Es gibt Zeiten, in denen die Felsen vollständig mit Sand bedeckt sind, und Zeiten, in denen dies nicht der Fall ist. Von der Indialantik bis zum Sebastian Inlet sind die Felsen nur sehr selten zu sehen. Zu jeder Jahreszeit sind die Sonne und der Sand ebenso reizvoll. Öffentliche Strände und Parks sind entlang der Städte am Strand häufig zugänglich. Auch die kostenlosen County Parks und die Stadtparks, in denen man gegen eine angemessene Gebühr parken kann, bieten möglicherweise Annehmlichkeiten wie Duschen, Toiletten und Picknick-Pavillons. Haustiere und Autos sind am Strand nicht erlaubt, mit Ausnahme von Hunden, die am südlichen Ende des Canova Beach Park am Ostende des Ogallier BLVD erlaubt sind. Kreuzfahrten Abendliche und ausgedingte Kreuzfahrten sind ab Port Gneverell möglich. Diese sind besonders beliebt wegen ihrer Casino-Einrichtungen, die an Land nicht zur Verfügung stehen. Fischen, sowohl süß- als auch salzwasserfischen ist möglich, bitte prüfen Sie die Lizenzanforderungen. Aufregende Tiefwassersportfischerei und Charterboote werden von privaten Anbietern in Port Gneverell angeboten. Golf Es gibt viele Golfplätze Wasser Mieten Sie Jet-Skis, Skibote, Segelboote, Kanus und Kajas. Es werden auch Führungen mit Flugbooten durch den St. Johns River angeboten, Sie Alligatoren aus nächster Nähe. Wenn Sie Ihr eigenes Boot haben, dann gibt es viele öffentliche Bootsrampen und Yachthäfen im gesamten County. Wasser Mieten Sie Jet-Skis, Skibote, Segelboote, Kanus und Kajas. Es werden auch Führungen mit Flugbooten durch den St. Johns River angeboten, Sie Alligatoren aus nächster Nähe. Wenn Sie Ihr eigenes Boot haben, dann gibt es viele öffentliche Bootsrampen und Yachthäfen im gesamten County.